Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Trine 2, zusammen mit Granz. Hallo Shiba. Hallo Granz. Oh nein. Mir geht es gut. Kreuze bitte an. Wie ist ihr wertes Befinden heute? Ach Mensch, ja im letzten Part, das ist mir ja nachher das Spiel abgekackt. Irgendwie dieses Bild von diesen Orks oder was das war, das wollte sich einfach nicht mehr von mir trennen. Ja, das ist wichtig, musst du dir anschauen. Auf meinem Desktop bleiben für immer und ewig. Neues Backgroundbildchen. Ach guck mal, was du da oben alles liegen lässt. Ja, da komm ich nicht hin. Wo ist mein Krieger? Lass nicht kaputt bomben. Auch nicht hin. Das muss man kaputt machen können. Na geht doch. So, man muss nur ordentlich Feuer haben hier. Ja, hast du es gekriegt? Ja. Sehr gut. Boah, da ist ja so eine Pflanze, du hast es vergessen. Meine Güte. Meine Güte. So. Oh, zack. Oh, 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 das ist hart. Ja, ist nicht so leicht. Oh, 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 oh. Soll ich dich ärgern? Soll ich hier mal ein paar Däler rüberschießen? Nein, 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 nein. Oh, was war das denn für ein Cheat? Da warst du voll im Feuer. Hab ich genau gesehen. Das war einfach nur, was ist knapp, ne? Und das war sowas von... Cheat! Ey, da oben ist eine Fische. Ah, guck mal, da ist eine Säge. Hilfe. Boah, schnell weggehe. Toll. Dann nehme ich lieber die Flasche. Ich laufe hier einfach lieber ein bisschen auf meinem Laufband. Ich schaff's nicht. Sport ist Mord. Doch, jetzt. Ha! Wuhu! Ich hab's geschafft. Oh, gib mir mal die Baumstämme. Mal mit. Schneller, Baum. Roll. Los, Baum, du schaffst es. Lauf, Baum. Lauf. Lauf. Pass auf, Mopzi. Ich komme. Wow, du bist überrollt. Wofür haben wir das jetzt gemacht? Damit wir hoch können. Klappt super. Wieso schafft das das sonst immer? Meiner konnte uns so schön klettern. Oh, das ist so ein Fetty. Vorsicht! Oh, oben steht auch noch so ein... Ah, der cheatet. Der cheatet. Ich hab ihn eben gestunt. Der drückt mich. Boah, ey, mit Pflanze und allem da oben. Vorsicht, jetzt ist er gleich gestunt. Jetzt! Schnapp ihn dir. Was soll ich mit ihm machen? Kuscheln? Jetzt kommt er. Und... Wow, sehr gut. Pass down. Mein Hammer! Jetzt down. Down, der war's down. Ich will den Hammer hier mitnehmen. Komm schon, gib mir den Hammer. Gib mir den Hammer. Oh! Wuhu! Wir sollten eine Kiste drunter stellen. Oder uns heilen. Erstmal Kiste. Wir sind gleich tot. Ja, Problem. First World Problems. Heilung ist da oben. Da oben kommt nicht dran. Zack, dann lassen wir hier den Profi vorgehen. So, mir Profi ja. Wegen der Profi ja. Zack, guckt euch das an, Leute. Da sind die Moves. Das sind die Moves. Da hat er sie geheilt. Wow, Kugel. Oh, da oben ist eine Flasche. Du bist da oben. Da oben auch. Oh, ist schön windig, Kugel. Oh nein, ich bin ganz unten. Warum? Wuhu! Hast du das gesehen? Nein, zum Glück nicht. Warum nicht? Weil ich da runtergefallen bin gerade. Mist, ich auch. Ich bin tot. Oh, ich bin doch nicht tot. Du hast mich im richtigen Augenblick noch geheilt. Sehr gut. Nicht gestorben. So, jetzt hier aber. Diesmal schaffe ich es. Diesmal schaffe ich es an diese Flasche ranzukommen. Ja. Vorsichtig schieße die Teile. Zack, zack. Rum. Gibt es denn da oben? Da was? Direkt alle abgeschlachtet. Vorsicht da unten. Oh ja, das sind mega nordsmäßige Messerchen hier. Ey, schießen die alle auf mich. Wow, was mache ich hier für Stunts, ey? Was mache ich hier für Stunts? Was mache ich hier für Stunts, okay? Ey, meine, ich habe hier was für Stunts. So, was ist jetzt hier los? Soll ich hier rüberklettern? Also nicht. Kannst du das hier irgendwie kaputt machen, sag mal? Stimmt sogar. Oh ne, ich komme hier gar nicht mehr zurück, glaube ich. Hier kann man es kaputt machen. Okay, ich habe alles eingesammelt. Ich bin gut. Yay. Du hast mir die Brücke da oben zerstört. Das ist ja schon im Klaren, oder? Ich komme nicht mehr zurück jetzt, leider. Obwohl doch. Ja, da sind auch noch die Brücke. Nein. Wie kann man denn da rankommen? Das ist ja mehr eine Rätsel. Oh, komm schon da hoch. Obwohl, warte, vielleicht habe ich eine Idee. Oh Mensch. Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh. Scheiße. So kommt man da dran. Perfekt. Okay, so. Ich habe auch noch hier was eingesammelt. Oh, ich bin ein bisschen zu dicht da dran gegangen an die... An die... Warum tust du das? An die Sägeblätter. Ich wollte mal gucken, wie ich in zwei Teilen aufbehe. Okay, dann können wir mal schauen, wie wir hier Wasser hinkriegen. Da ist Wasser. Ja, ja, es muss aber da drüben hin. Ich weiß wie. Was kannst du denn bauen? Blanke. Hier. Hier. Stimmt, ich. Oh nein, andersrum, andersrum. Okay, komm, nochmal neu hier, Wasser. Warte. Du, Amateur Harry Potter, ey. Warte, das ist kacke, ich muss von dem Blatt runter. So, nochmal jetzt. Also, erstmal muss ich es richtig rumdrehen, dass es gerade ist. So. Kann ich? Ja. Wasser marsch. Vorsicht, 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 und kippen. Ah, sie hat es geschafft, glaube ich, Leute. Yay. Man mag es kaum glauben. Ja, da ist er ein, 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 ein Fress-mich-Vieh. Wuhu. Pass auf das Fress-mich-Vieh auf. Ach so, ja, das ist... Bin ich elegant drüber gehopst. Es ist bissig. Der Hammer kommt. Bin in den Baumstamm gehoppt. Bist du. Ach doch, immer da, wo der Hammer fliegt. Vorsicht, ein reißender Fluss. Das muss sein, die Rosabelle erwähnt hat. Sie sollte uns zum Schloss führen. Hä? Als die Helden den dunklen Wald verließen, war ihnen leichter ums Herz. Rosabelle zufolge führte der schnellste Weg zum Schloss durch die höhlenartigen Tunnel. Der Weg führte nach unten, unter den Wald. Hä? Wir sind keiner von den... ...brechenden Blumen mehr begegnet. Ich schätze, wir sollten Rosabelle finden. Oho. So, wie viel Fähigkeitsmull habe ich? Zwei. Kann ich mir noch nicht den explosiven Hammer leisten. Das ist natürlich schade, ne? Könnte ich den nochmal wechseln? Guck mal, das sind doch hier irgendeine Fässer. Könnte ich den nochmal auf den Pfeil wechseln? Du hast auch den Pfeil. Ja, aber ich meine... ...den Feuerpfeil. Ich habe jetzt gerade den Eispfeil wieder drin. Ich will den Feuerpfeil haben. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nicht. Nein, jetzt werde ich nie den Feuerpfeil bekommen, weil ich nicht weiß, wie es ging. Ey, ich schub's dir nach unten. Ah, jetzt habe ich den Feuerpfeil. Yay. Die Musik ist hier so schön. Ah, Mist. Guck dir das an hier. Volles Wasser. Wow. Da müssen wir bestimmt hier rüber das Wasser leiten. Na, ja. Na komm, das reicht, das reicht. Ja, ich habe es hier mit meinem Schild gemacht. Was ist mit dem Schild gemacht? Ach, das war allemal. Nicht, was machst du denn da? Du musst hüpfen. Ich bin da hier drüben. Hüpf. Hüpf. Alles schon seine Ordnung. Da. Da drüben wartet einer. Da kriegt er halt den Hammer ab. Ich hier immer die Dinger einsammeln muss. Ah, über mir. Die Spinnen lässt man auch hier. Wo kam die her? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Kiste gefunden. Mach die mal auf. Toll, jetzt ist da unten die Spinne. Hoffentlich gibt es jetzt nicht wieder einen Bug. Den Weg gefunden haben Rosie und ich. Geht vorsichtig weiter und fallet mir nicht. Fallet mir nicht. Ihr dürft mir nicht fallen, ne? Nicht, ihr fallen mir dürft. Was bin ich hier eigentlich? Was geht da? Ähm. Ich habe die blöde Spinne getötet. Oh. Oh. Ich habe mich unter Todesängsten hier. Oh, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich kann mich auf das Blatt. Hey, wieso hüpfst du da einfach runter? Ich bin da runtergerutscht. Ja, und wieso bin ich jetzt auch hier? Ja, toll. Was geschieht hat. Wohoo. Wie geht es? Sheet. Da sind die Sheets aktiviert. So, ich sammle. Ich sammle. Ich sammle. Du machst hier den dicken bitte kaputt. Nein, mach den natürlich nicht. Ich bin hier drüben. Er hüpft lieber. Hört ihn nicht. So. Jetzt habe ich ihn getroffen. Oh nein. So, das haben wir geschafft. Ach, da komme ich so nicht hin. So. Wuhuuu. Ah. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Toll. Du hast es nicht anders verdient. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist schön. Warte, ich werde gerade langsamer. Was tust du denn da? Ich bin zurück. Juhu, ich habe es geschafft. Ja, ich nicht. Ich bin jetzt runtergesprungen. Ich kann hier aber auch was pflanzen. Warte, ich muss auch erstmal rüberkommen. Die Statue sieht ein wenig wie die Frau von Amadeus aus, wenn sie sauer ist. Toll, jetzt komme ich wegen dem Blatt nicht dahin. Echt? Ich bin hier unten jetzt wieder. Na, Prost, Max. Juhu. Hüpfen, der Kiste. Hüpfen, der Kiste. Ach, ich dachte, hier geht es weiter. Aber hier geht es gar nicht weiter. Ne, wir müssen echt beide nach oben. Ja, super. Jetzt hast du da die Blätter in dich gemacht. Ne, ich. Nicht dein Ernst, ne? Das musst du. Ach, ich habe es geschafft. Wieder an der Kante hochgesprungen. Genial. Ich habe es geschafft. Ne, 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 ne. Ich habe es auch schon mal geschafft. Ich werde nicht noch mal runterkommen. Ah, easy game für einen dicken wie mich. Einen Pro-Gamer hier. Für einen dicken wie dich. Ja, klar. Was denn? Der eine hat mir Schaden gemacht. Oh, hat du Schaden bekommen? Oh, ich habe ihn runtergeholt. Pfui. So etwas macht man noch nicht. Alles tut mir leid. Ries einfach mal irgendwo hin. Wird schon stimmen. Da oben ist noch einer. Ey, das bin ich. Ries einfach mal die Geheimnisse ein, ja? Okay. Irgendwann muss ja die Orks hier töten. Oh, hier gibt es Kügelchen. Oh, nein. Nein. Stell ich mir auf die Brücke. Ich will nach oben, damit ich die Kugeln holen kann. Du bist doch dicker. Ey, ich habe nur schwere Knochen. Jetzt bin ich tot. Ach, so weit oben komme ich gar nicht hin. Hm. Hallo. Hallo. Oh, guckt euch diesen Geheimgang an, den ich hier finde. Da kommst du nicht hin, ne? Oh, ich bin tot. Aber jetzt kann ich ihn sehen. Und hier kommst du wieder zurück? Ja, das ist die Frage, die ich mir auch gerade stelle. Beleb dich mal wieder, ja genau. Dann komme ich jetzt immer hier runter. So. Spielmechanik rausgenutzt. Check. Wow. Ja, ich weiß nicht, wie man da oben an die Kugeln kommen soll. Von dieser Seite, glaube ich. Oh, okay. Das kann ich nicht sein. Wir können hier auch irgendwas mit Wasser auslösen. Hast du da Wasser? Ich habe es zumindest noch nicht entdeckt. Doch, habe ich hier. Pletschert es doch neben mir runter. Komm, das geht, das geht. Oder? Ja. Guck mal, jetzt kriegen wir Blätterchen. Okay, sehr gut. Ob ich nur noch wieder da oben hin komme. Oh, ich treffe den nicht. So ist mein Aufzug. Steige nach oben. Da ist der Hammer wieder da, Leute. Da kann... Wow. Yo. Ins Gesicht. In your face. Bleibst du denn da? Ich habe hier Leute getötet. Und ich dachte, du dusch dich da die ganze Zeit. Ich habe hier gearbeitet. Nee, nee, da gehe ich nicht hin. Äh. Ah, er rollt den Stein. Oh, oh. Nein. Indiana Shiva. Yay. So, da ist er. So, warte mal, bevor du da lang bist. Nein, nein, nein. Ich will hier nur noch die Kugeln einsammeln. So. Ach. Ach, was machen wir hier? Sag, jetzt sind wir hier. Da war ich doch schon gerade. Ja, hast du da schon alles? Ja. Ach, Mensch. Sie wieder fleißig. Da wolltest du wieder, ne? Spielt sie auch mal mit zur Abwechslung. Ja, genau. Ich spiele auch mal mit zur Abwechslung. Ich bin auch dabei. Yay. So. So, stopp. Nein. Wir müssen einen Cut machen. Okay. Braver Grants. Kriegst du einen Keks? Juhu. Ich krieg einen Keks. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.